Wunderbar! Meldet euch bitte nach diesem Rundgang im Lehrertimmer. Na, sehr nett. Du hast uns freiwillig zum Müll sammeln verdonnert, Lydia. Keine Sorge, mit dem bisschen Abfall in dieser Schule werden wir mit Links fertig. Warte mal ab, vielleicht ist es mehr als du denkst. Musst du eigentlich immer so maßlos übertreiben. Entschuldige, Phantom. Musst du eigentlichein.